Das, meine Freunde, sind die fudgiesten Brownie aller Zeiten. Und wir werden die jetzt gleich genüsslich verspachsen. Also, meine Lieben, hier seht ihr erstmal die ganzen Zutaten, die wir benötigen. Ich packe euch das Rezept natürlich auch in die Infobox, dann könnt ihr das nachsehen. Aber wir brauchen ganz viel Zucker, ein bisschen Expresso, dann Eier, Mehl und ganz viel Schokolade und Butter. Und ich sag's euch jetzt schon, es ist so mega lecker. Aber man darf halt echt nicht daran denken, wie viele Kalorien das hat. Aber dieses Sünder ist es auf alle Fälle mehr als wert. Wir packen das Ganze jetzt dann in eine Schüssel. Zuerst macht es mehr. Und ich entschuldige mich gleich mal, weil ich das nicht sehr grazil mache. Memo an mich fürs nächste Mal einfach ein bisschen vorsichtiger machen. Wir rühren das Ganze dann natürlich auch noch ordentlich um. Und wir fertig machen. Schokolade schmelzen. Schokolade schmelzen. Schokolade schmelzen. Schmelzen. Ja, so schmelzen wir die Schokolade. Ich weiß nicht, wie das ist so satisfying dazu zu sehen, wie das Ganze so vor sich hinschmilzt. Und das war einer, das sieht hier jetzt schon mega mega lecker aus. Und dann kommt die Schokomasse zu dem Mehl. Und ich finde, das hört sich so gut an, wenn man das miteinander verrührt. Da kommt dann auch der Fraun und Zucker zu. Und wieder vermengen. Dann kommt der weiße Zucker und das ist das Wichtigste zu geben. Viel Zucker. Aber sind wir mal ehrlich zusätzlich so gut an, diese Geräusche. So, 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 really good. Ich liebe sie. Und ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn ich den Zucker schon zu der Schokoladenmasse gegeben hätte. Aber mit den Eiern, wo hat es dann quasi ein bisschen einfacher. Und einfach mal ordentlich vermengen. Also im Rezept steht, dass man die Eier einfach noch zu Schokomasse hinzugeben soll. Also vielleicht einfach alles, Flüssige und dann sogar so Schokoladenmasse. Dann habt ihr in der Eierwiese das Problem beim Verrühren. Die restlichen zwei Eier kommen auch noch hinzu. Und daher wieder gerühlt, 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 gerühlt. Dann haben wir hier auch ein bisschen Vanille-Extrakt, dass so ein bisschen viel kommt. Die halbe Flasche. Und da auch noch mal ein Päckchen Vanille-Zucker. Ich weiß gar nicht. Vielleicht kann man es auch weglassen. Aber dann habe ich alles wieder verruhiert. Und seht euch diesen genialen Teig an. Kann ich mich reinlegen? Ich sage es euch. Einfach so, 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 so lecker schmecker. Ja. Hallo meine lieben Flester, Freunde. Ich hoffe euch geht es gut. Ich bin gerade in der Kühe gestanden und habe die besten, die allerbesten Brownies aller Zeiten gepacken. Natürlich habe ich euch auch dabei mitgenommen. Und hier ist das Ergebnis. Die sind so extrem fudgy, dass es fudgy gar nicht mehr geht. Ich glaube, alleine dieses Stück hat eine Million Kalorien. Aber egal. Heute. Ja. Achten wir mal nicht darauf. Wir werden das jetzt gemeinsam essen. Ich weiß noch nicht, ob ich das Video, wie ich es hier mache, davor euch zeige oder danach. Aber ich glaube eher danach. Und ich stelle die jetzt noch mal kurz hier hin. Und hier habe ich auch noch mein Glas. Das habe ich gerade vorhin schon umgeschüttet. Fängt ja schon sehr gut an. Und da kommt jetzt meine Milch rein. Meine Anker liebt der Vanilla-Märch. Und steige ich mal das und so hier hin. Und ich habe auch eine Kabel dabei. Und jetzt werden wir gleich mal probieren. Ich werde mal das erste Stück runterbrechen. Und die Kruste ist mega knusprig. Und ich zeige euch das mal gleich nochmal von nah an innen drin. Es ist mega, 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 mega fudgy. Einfach davor schön. Einfach davor schön. Und ihr müsst die nachpacken. Ich habe das Rezept von meiner Schwererin. Und die hatte die damals mal mitgebracht. Und die hatte sie schon am Vormittag gebacken. Oder am Vortag gebacken. Und am nächsten Tag sind die nochmal viel, viel smatschiger. Ich weiß nicht, ob das Wort jetzt schon einmal. Ich habe mal gesagt. Aber die sind so lecker. Ja. Er hatte das. Und dasıld lettste. Ja. Sof. Nun ist noch sehr. Im primer. Cs. Okay, ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben. Was ihr denn so gerne esst und oder backt. Also ich muss sagen, bei mir gelingt ja, wenn es ums Backen geht, nicht immer alles sauer. Und ich packe euch danach natürlich auch das Rutschabend auch in die Infobox. Also man muss sowas mal probieren. Echt, das ist so verlorene Lebenszeit, wenn man sowas nicht probiert hat. Und nach dem Stück habe ich wahrscheinlich den Zuckerschock meines Lebens. Aber das ist mir wert. Aber ich weiß nicht, ob das lieber noch mehr in. Okay. Okay. Ich habe mich sehr, sehr, sehr gut gemacht. so Letzt euch gar nicht mehr. Okay, das schon. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Packvideo. So, packt das bitte unbedingt nach. Ist schon mega lecker. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß beim Video. Ja, das ist das.